Herzlich Willkommen in der 30. Folge Gastorio 2 Da ist jetzt der dritte frei, jetzt könnten wir unter Umständen das Auto reinbekommen Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? es ist glaube ich leicht leicht folie wir ziehen das ding mal darunter ganze drei inventarplätze frei es sind 600 holz aber es wird wahrscheinlich wieder um die reichen kompass kompass bitteschön gut ja fast keine dinge mehr wir sind aber oben geschützt und wir sind unten geschützt ok es kommt noch blauer an wir brauchen nämlich hier hierfür noch 870 der haut da immer zwei ein 260 ich denke wenn wir hier welche drin liegen dann haben wir wieder ich muss sich gut im griff gut ist gut das muss ich hier nicht durchkommen das wusste ich nicht gut 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 ich habe auch genau so Na ja. Oh, hundert noch. 26 im bau erledigt gut die sind alle voll gefüllt das heißt wir können uns jetzt das auto nehmen können unten die querverteidigung bauen und hoffentlich hier bald irgendwann radar platzieren das war vielleicht auch mal ein bisschen mehr sehen die wissen das noch noch einiges die beiden fische die mussten jetzt noch sagen ich habe ja doch so halbwegs verteidigungslinie muss frei bleiben so ok von da kommt halt keinen kann keine musik aber die werden wir ja wohl irgendwann zeitnah produziert haben so radar sollte jetzt passen hoffentlich ich dann sollte uns mal nach unten begeben was kostet denn das radar eisenplatten eisenplatten und elektronische schaltkreise ja egal haben wir alles nicht dabei ich glaube das ist zweier radar genau das ist ziemlich schön und so eben ich we wir Vielen Dank. Den können wir hier komplett kranzeln. Vorläufig. So, wenn wir jetzt hier alles voll mit drei anbauen. Wir brauchen hier locker noch 200 Stück davon. Locker. Okay? Okay. Okay? Okay. Vielen Dank. Wir müssen aber unten. Achso, das fortschrittliche Radar wird auch gemacht. Dann hau danach das alles rein. Auch wenn wir jetzt schon grün und blau könnten und es da mit Sicherheit... Wieso kann man das? Wenn es so eigentlich überhaupt gar kein... Gaskraftwerke... ... 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